Hab ich gar nicht mitbekommen Er hat sich reingeschlichen So oft bist du auf mich Jetzt muss mal alles ran Ich glaub die 65 weiß unten am Tor Ja, irgendwas ist da Was soll der Scheiß jetzt? Wer hat sich? Dahinten kommt auch ne Garde Ja Warum machen die das denn jetzt aus? Nein Ach so, ich krieg nur einen Da hat sie sehr gut Garde hat jetzt das Tor erreicht Könnte ich eine andere Person haben Ziemlich Artillerist Noch eine Wie noch einen? Ich hab hier noch ne Kanone Die ziemlich gut steht Wenn noch eine Artillerist Interesse hat Wer ist die Kanone wahrscheinlich schon Wie siehst du da unten ausschätztbar? Ach Waaah Mh Ohja Haben wir recht Jep Ich auch Hallo Willkommen Hinten steht Leiter Hinten steht Leiter Au 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 Bin aufm Weg Bin aufm Weg Äh Jäger kommen jetzt zum Tor Ah ich bezweifle dass die da irgendwas machen können Beine kommen hinten über die Mauer Loll Und der kriegt den Kill genau Aufm Weg Ganz schlecht Schöne Äh jetzt ist ne Leinen und Jäger outen am Tor Vorsicht Vorsicht Oh gut 2 oben drauf 3 für vorne links Fuck Unten das Tor wird jetzt gestürmt What the fuck? Na Hedda Guck mal zur Fahne Da sind schon 2 Gegner 3 4 Den möchte ich fixen Die Artillerie macht jetzt gerade glaube ich nur noch wenig Sinn Es ist ja fast nur noch 65Y bei denen drüben ey Das erklärt die Koordination Flagge geht rüber Bisschen 1 rein ist da mit dabei Ja Aber ich glaube ja dass das 65Y steht und sich abspricht und sich umzahlt Ok Fahne ist angehalten Weil das war grad echt übel abgesprochen wie die da von ein Ecken kamen Ok Fahne ist unten Ne 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 zur Flagge pushen zur Flagge Das war zu hoch zum Springen Fürst die Fahne Du musst auf das Haus mit dem Strohdach springen Jaa Die Idioten von 95Y hat auch nicht mehr bekommen Das springen beim Meer oder das Haus noch Schuss und rein Schuss und rein Schuss und rein Sehr schön Aufpassen auf Teamkiss Was viele Teamkiss Welche Einheit Hä? Hä? Was? Keine Russen sind hier nur Preussen Nehmen sie das trotzdem ein glaube ich Das waren ja aber keine Das hatten wir aber auch schon mal Da war gar kein Russen Welche Einheit Preuss? Das ist Bedroog Ach Brandenburg Hat die Brücke kaputt gemacht Das Tor brauchen wir nicht mehr beschützen Wie hat er die Brücke kaputt gemacht? Mit TRT Hat aber auf die Mauer kaputt gemacht Große Linie über links Das TNT platziert nicht verboten Ja ist es glaub ich Über rechts kommt ne kleine Radie Hat keiner gemerkt Keine Sorge So es laufen schon ein paar Leute zum Tor Und jetzt füllen sie direkt nach oben Oh Leute das ist nur ein Bug Ihr könnt da trotzdem proben Oh da mit ner Mörser hin So viel zu dem Thema So viel zu dem Thema Genauso meinte ich das mit der Mörser Ja 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 Wie ist das Tor? Die wollen sich da vorne mit'n Zepper hochbauen Komm bitte jemand nach rechts Ich sehe einfach gar nichts In einem kack Appelbäumchen Äh die gehen jetzt unten in den Kopf vor rein Die gehen unten in den Kopf vor rein Die gehen unten in den Kopf vor rein Die sind drin Hm ist da die Ja Rechts ist die Leute oben Die kommen Theoretisch müssten wir jetzt resetzen Nein Na doch Wir haben vorhin verloren Da sie halt bei allen Seiten gleichzeitig kamen Ja aber eben das war ja ein anderes Team Jetzt sind wir ja bei Russland Das ist da halt egal Die dabei ist Gleichberechtigung Gleichberechtigung ist für Anfänger Nö oder was für ein wichtiger Traum Und du Leute Ja Leute Wir sind im Event Jäger wieder über rechts Sind dann noch welche im Torhaus? Äh es können direkt wieder zwei Leute nach rechts kommen Die Jäger versuchen es nochmal Ja hab ich ja schon Linie von links Große Linie von links Und da hinten ist doch einer verreckt Oh Kun passt da vorne auf Ich hörste eine Kugel fängst Ja die alte Waffe Wir dürfen hier eigentlich Sandsäcke bauen Oder irgendwelche Welle aufschütten Dass sie wieder rüber kommen Ja Äh die großen Linien laufen wir mittig zum Vor Ich glaub die stellen Ja stellen die Leiter in der Mitte wo Okay jetzt sind die Jäger da Maschgerufen Links ist auch bald kaputt Die kommen Mitte Warum 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 bin ich da so komisch Am Dings an der Kante Was Zwei Leben Na das ist der Fuck Müsstest du mittlerweile wissen Der Leiter steht recht Ja aber So krass war er Bis dahin So Frank Äh Fränklin Baut erstmal fertig Und dann machst du hier dahinter noch Blanken dran Okay Ja genau Sag ich so Nice Ich bin da Ja gut Ich bin da 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 Aber Vorsicht Und dann gleich Wenn die kaputt ist ganz viele Feinde Oh Gott Glaub zwei Linien stehen da Eine geht wieder über rechts Frau die Sprengmauer mit dem T So kriege ich hier keine Planke hin Haben die als ernsthaft die Mauer mit TNT kaputt gemacht? Ja Ist sie kaputt um? Ja Links ist Bresche Rechts setzt gleich auf Soll ich mir tot kommen Farlin Ja komm nochmal hoch Rechts kommt nochmal ne Linie Glaub ich Jäger Kommst du zu mir raus Wo die Leiter sind? Japp Farlin zieh dich zurück Nix geht zurück Zwerfen 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 Ach du scheiße Wie cool ist das klappen Achtung Komm zurück Komm zurück Komm zurück Das ist dein letztes Leben Nur euch noch vier Leben Na ja kann auf die rechte Seite noch vielleicht ein oder zwei Leute Bitte Ja Ich bin zurück Das liegt noch vier Leben Wenn auf der Mauer Ja Dann komm die gehen hinten hoch Bau erst mal so Zäune hin links von dir hinter den Oh, da mal Zäune hin. Die bauen hinten die Leitung. Die kommen hoch. Die Jäger? Ja. Ach, komm. Die Jäger sind alle oben. Die Jäger sind alle oben. Da ist sie. Die Jäger sind alle oben. Also, der Albert macht seine Arbeit gut. Ich brauche hier irgendwas. Jäger wieder über rechts. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend weiter. Hallo. Nicht im Dinkel. Oh, was war denn los? Ich war noch unterwegs. Bis gerade eben. Oh, so kleiner Freundin. Nee, ich war noch bei einem Kollegen. Wie geht's, tut's das? Wie, 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 weiß ich nicht. Ja, du warst aber mit einem Kollegen. Wie geht's, tut's jetzt? Ich bin zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Ja, richtig. Wir sind nur zwei Schritte. Ja, von... Boah, ich mache immer so blöde Einzel-Königs. Das lohnt sich gar nicht. Von Kassel nach Leipzig ist ja in den Wald. Wer wohnt in der Leipzig? Du stirbst. Du stirbst. Wer wohnt in Leipzig? Jo. Aber ich schätze, dass ihr überall gerent habt. Ich bin vom Server geflogen. Ihr auch? Nee. Okay. Komm ich noch rechtzeitig zur ersten Runde, oder? Ja, ich weiß nicht. Zum Ende der zweiten kommst du gerade. Cool. Was? Wir haben doch erst halb. Richtig. Es geht heute sehr schnell. Okay. Verteidigerangreifer? Äh, Verteidigerangreifer. Warte, komm mit. Warte, komm mit. Gehren sie mal hier vorne ein bisschen auf, da können die Leute nicht da. Ja. Ich hab'n Gewehr. Lohnt es sich noch auszunehmen? Eigentlich bin ich, oder? Nein, eigentlich bin ich weniger. Ja. Leute, geht mal mit Drunken nach vorne an die linke Presche aus und geht dann mal mit nach vorne mit Drunken. Verschafft unser Verbündeten mal ein bisschen Scheid. Kann ich rechts bleiben? Da kommen recht wieder die Jäger. Ja, rechts die Jäger. Ja, dann bleib recht. Das ist ein Weg. Die Leute, die links sind, sollen jetzt halt mal rausgehen. Ja. Und unsere Leute müssen Zeit verschaffen. Da kommen noch 3 Jäger. Oh. Nein. Ich glaub, ich sollte aufs Bauen verzichten. Oh. Die schießen alles kaputt. Das seltsame ist, dass die rechte Pastille immer noch nicht zerstört wird. Die Jäger haben von ganz hinten shrunken. Die laufen greifen welche an? Rechts offen. Rechts Bresche. Genau. Verdammt, warum die spawnen denn auf der Mörser? Was? Die spawnen hinten die Leifbauer. Ja, die spawnen sobald die Dings, sobald die Mauer mehr haben. Das ist blöd. Die spawnen sogar früher, als die Mauer kaputt ist, glaube ich. Ich glaub, hier ist keiner. Die Jäger kommt hoch. Können wir davon hin? Grechen oder was? Rechts kommt ne Linie zur Bresche. Wache, da sind wie das Feuergefecht. Ich weiß. Gern. So, ne, jetzt gleich. Soll ich irgendwo bestimmt... Ne, nicht. Gehen wir auf die linke Flanke. Gehen wir auf die linke Flanke. Gehen wir auf die linke Flanke dann. Ich hab mal... ganz auf wie viel ist gedeckt. Oh, das ist schlimm. Boah, das ist auch rausgeflogen. Wie viel Leben hattest du denn bloß? Ich hab ja vier. Wo wird das angezeigt? Ich hab irgendwie unendlich. Wenn du stirbst. Siehst du, wenn du tot bist. Ja. Ja. Gott, ey ey. Ich will damit viel Leben machen. Da kommen wir. Vier Leben hab ich jetzt wieder. Die alle mussten mich anlegen. Ist ja furchtbar. Bei den Fionieren. Da ist der Jäger. Und da. Die 43. Skirmischt uns einfach nur auf der Rechtsrunde. Macht einfach gar nichts. Bleibt hinten hinter den Sandsecken. Zieh durch ein Stück zurück. Und wartet. Das sind nur drei Jäger. Die können eh nix machen. Einer noch. Keiner mehr. Kommt noch ne Linie. Ne. Ne. Weil du gehst einfach raus Karas und klärst den Nahkampf. Oh je. Die Baupunkte wären da. Evo? So Leute. Bleibt auf der rechten Flanke. Warum spielt Evo Miliz? Ich muss die Mungleisch die Waffe machen. Du darfst keine Miliz. Genau. Genau. Ich glaub der Edmund meinte dich gerade. Was? Weiß ich nicht. Weil wir Seelenpartner sind. Kann ich hier noch was bauen? Ja ich nehm die Karte. Oh Alter. Oh mein Gott. Darf ich selber gehen? Ich glaub wir haben genug Zepper. Ne wir haben nur einen. Kein Zepper mehr. Wir brauchen keinen Zepper mehr. Soll ich da nen Infantrust nehmen wenn du Pionier kommst? Nehmen wir Infantrust. Einer geht zur Flacke. Eingeggel. Oh ja da ist noch ne Bresche. Nimmst du Pionier oder nicht? Ne ich äh wir brauchen keinen. Oh fuck sorry. NICE Held. Warum schießt du wenn ich es direkt neben ihm stehe? Tut mir leid. Ich hör mir den jetzt um. Dann bleib ich Pionier. Jäger kommen nochmal rechts. Ich hör mir den. Warte dass sie nicht. Hier angreifen. Oder so. Also Evo. Große Linie links. Jäger rechts. Evo bleiben wir unten. Jäger gehen weit rechts. Die wollen vermutlich wieder von hinten angreifen. So wie die laufen. Sitz ganz klar auf der Burg. Ah da. Ah da. Ah sie wollen rechts zur Flankenleiter. Oder ne. Die kommen genau auf die Breche zu Panda. Die kommen da gleich. Balin wenn ich schon mal bei dir bin. Ich würde sagen wie die erste Runde verlaufen ist. Ah cool. Mhm. Das ist super. Balin da rechts von der Mauer sind sie auch. Da kommst du. Die Gewehre hier hinten zum Nachbarn. Hinter dir. Stammt. Leid Balin. Auf der drüben so. Kein Ding. Ha. Die haben Teamkill gemacht. Nein. Ich töte es. Schon wieder Helsing. Achtung dass man sehr schwankt. Nein nicht ich. Die Gegner haben grad Tiefel gemacht. Die Jäger. Als sie mich hauen wollten. Elsing hat ein Auge auf links. Die sind links durch. Ja. Einige springen runter. Ist noch einer hoch? Ah da kommt die Leute. Bleib mal rechts und hab ein Auge auf die Klanke. Klapp die Klanke. Bitte was Franklin? Ach so. Was hast du gesagt? Ne. Was ist das? Ein Feind. Ach so. Rechts kommen die Articrew so wie es aussieht. Ja jetzt wollen sie pulpen. Die letzten Minuten. Kann man sich irgendwie heilen? Wir haben keine Musketen oder Bobby? Nein. Abman command. Ein Feind ist einfach interessant. Franklin die zwei. Musketen sind nachgeladen. Die Jäger kommen auch wieder auf rechts. Bei den Film kommen sie. Du lädst nach den Feind. Ja vielleicht kriegst du auch einfach mal ein Feind. Bei den Film. Äh. Das ist ein Feind. Wie koi. War der Kamer. Warum lädst du denn nach? Warum soll der nicht nachladen? Was langweilig hier an dort nachzuladen. Kommt der die ganze Zeit runter? schloss linke flanke verstärken sind bestimmt 20 werden vorlachen das ist die rechnung alles gegner zum aufhalten wir würden auf der mauer steht und schießt dann sucht euch auf dem ich was macht ich hab eh das beste alter nicht nach hinten hoch schießen geil ich bin natürlich da das sind fünf leute umgebrochen und ich bin der einzige der von amerika hat sich gelohnt zu schnell kann ich nicht nachschauen nee ist gut das überhaupt überfügt acht dann machen die kontaktiert geht auf der linken seite einer breche am besten nicht zu weit vor und so hat er wieder unten abgeschossen wie ich gerade zurück 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 da unten stehen sie alle guckt nach garne ich weiß ich glaube es ist besser wenn ihr euch weiter hinten hinsetzt versucht sie abzuschießen und erst wenn sie da bei dem bei dem engen punkt zwischen den beiden bauerecken dreimal tot und natürlich natürlich ich warte jetzt mal ja ich hoffe es meiner meinung nach müssen einfach alle mal die da links stehen einfach mal drauf starten ganz große linie kommt über rechts auf solche maps müssten es mal mindestens neun leben sein auf diesen mini karten ist sehr absurd gescheuert connect ich bin gerade neu war wenn ich mal alles abwechseln jetzt lade ich nach mal zehn mal und du gehst hoch und schießt die jäger gehen wieder über rechts nicht nur jäger auch ich hab wieder leben jetzt habe ich schon elf leben ich bin im Moment stirbt keiner ohne menge in eine menge rechts dachte ich doch sind alle nachgeladen wie bei Achtung sich schießen wir können auch einfach mal hier falls was hoch also ich sammle immer die munition warte wieviel oh ich hab wieder baupunkte haben die fürst haben die irgendwas gemacht ja ja rechts brechen sie vielleicht ne ne tun sie nicht tun sie nicht sie brechen nicht durch alles gut oh links kommt welche meist aber die leitern mal wieder runter das sind offenweise leitern an der mauer nicht komm mit hoch da kommen da kommen drei oder so an gehören das hinter mir der bürste einschlag da gerade vorbeigelaufene knallt hinter mir der bürste ein warum er gerade die presche runter geht warum die nicht getreffen guck mal ich kann fliegen chris bei der flagge liegen vier geladenen muskelen 65y flammen auch nicht wenn man alleine vorrennt nein warte da hat er einen punkt rechts kommen gerade bloß rechts kommt wieder ein oh ich hab ne idee hilfst du mir das hier kaputt zu machen warum lebt denn überhaupt noch von uns ich mehr viele oder mit elfes leben warum jetzt hä ja ich will die kommen ja noch aus einer seite da will ich das alles hinbauen ich soll jetzt ne leiter karos ja ja ich schmeiße mal runter ja ich bin Hintet ihr's einer? No! Also ich bin am weg. Sorry. Egal. Ach, das war mein letztes Leben. Eigentlich dürftest du bei nem Teamkill, müsstest du nochmal respawnen. Echt? Ja. So ein Mist, wir haben alles kaputt gemacht. Das ist doch nicht wahr. Kommt was runter. Komm, mach ihn fertig. Äh, ich zieh mich mal zurück. Ähm, wir brauchen ein paar Soldaten unten. Ich komme. Pisser. Dieser Scheiß 43. Warum sind Jäger erlaubt? Nur weil die 1 Reihen für zwei Wochen mal selber Jäger gestellt hat. Ich bin schon wieder Pionier. Du Blödsch. Nein, ich meine alles kaputt. Zur Flagge, zur Flagge. Oh, die Idee kämpf ich nicht. Schön war. Gut, Spucky. Richtig gut. Oh, ne, die Kackjäger. Oh. Oh, ne Spawnkiller. Oh, ne Spawnkiller. Natürlich, komm her, du kleiner Putzi. Habt ihr das grad gesehen? Ja. Ich trete ihn, will ihn grad erschießen und krieg ne Kugel ab. Das ist halt die Scheiße beim Treten. Du bist halt nicht mehr mobil. Ja. Das ist also gut. Da tritt man auch nicht im Nacken. Jetzt spawn ich doch. Boah. Der Typ hat voll das Risiko eingegangen, dass er mich geteinkillt hätte. LOL. Boah, diese Kackjäger. Die sind so dreist. Alle rund. Okay, das war's. Nein, wir verlieren. Macht ja eh nix. Muss ja nicht mal ein Gegner in der Nähe von der Flagge sein, ob die eingenommen wird, ne? Ja. Das haben wir ja letzte Runde schon festgestellt. Oh, jetzt haben sie's ja eh. Jetzt haben sie's auch mal fair gewonnen. Ja, diesmal ist es wenigstens ein legitimer Sieg. Und nicht so, ha, keiner in der Nähe Flagge eingenommen. Was? Wollt ihr mich facken?